hallo zusammen und willkommen zu overwatch mit mir dabei habe ich den black cyborg ja und dann auch mal ein herzliches kommen bei mir auf meinem in einem lustigen video und ich habe dabei diesen hässlichen fagget captain cooney hi okay overwatch hat ein neues update wir spielen jetzt hol den hahn oder wie es bei mir heißt hol den bockholz ja hol den bockholz eher gesagt so wir kriegen eine loot box und info versteht gar nichts das wollen die leute die wollen vorgelesene sachen haben die sind verwöhnt die lobe ja das stimmt allerdings sind alle verwöhnt alle verwöhnt aber ich muss echt sagen den senja das skin muss ich einfach haben ist so da warum gibt es kein hähnchen reaper skinn nachtmarkt von mii jang ach du scheiße ich habe mir immer noch so etwas längere lade screens ich bin drin dank der ssd ich spiel lieber mit kree glaube ich weil wenn die mit ihren scheißdreck hier rumflitzen dann wenn kann ht guck mal du kannst jetzt auf dem button team chat beitreten das wollen wir dem chat beitreten oder ich denke mal nicht ich weiß es nicht aber im hintergrund finde ich das cool das feuer weg ist so mega nice ach die chinesen alle mit ihren neuer generell asien oder china keine ahnung ich habe da keine ahnung alles ist so weiß ich auch nicht auf jeden fall haben die ein bisschen verzögert wie neues jahr oder feiern irgendwie anders feuer oder aber muss einfach sagen ich bin einfach so die knaller die chinesen beziehungsweise den asien herrschen ist einfach mega geil ich will hier raus wo geht es überhaupt raus ich weiß gar nicht mehr wie man boxt halt okay wie boxt ich denn noch mal ich habe es immer noch auf x ich habe ich habe es mal das war rechtskrieg ist nicht boxen warum ich denn boxen aber doch nein 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 okay capture the enemy flag auf geht es ist klar du hast ja beim blöden held ausgesucht wieso bläden granate und upper land ja du sollst aber die flagge holen du bobo ja ich räume mich aber die ganze zeit ich versuche den schmerz zu holen ich bin tot die haben auch die killfeed verändert guck mal die bilder sind jetzt viel klarer und man sieht das jetzt auch richtig ah tatsache ja cool äh ging das ist turut nicht da und alter it ain't my time sooo ich frage mich immer noch da war einer hier bei uns ist das fairer ich krieg das torbjörn komm schon hab fairer ich bin fast da ah die haben ne bastion alter der heißt sogar luca chrissy schnapp die einfach und zipp weg der heißt wie ich kann die nicht schnappen man wenn das hä das ist doch mega scheiße bei uns ist da noch das haus vor warte mal ich glaub ich schnapp 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 wie nehm ich denn die flagge keine ahnung ich bin einfach reingelaufen aber es ging nicht oh die haben ne soldier oh god ach fuck naja das war mein fail oh ist hier kein heil kack hier brauchst du auch keinen heiler ich brauch einfach heilung ich brauch einfach heilung soldier ist rechts ey spiel doch robothocker noch heilung brauche du hast safe heilung ok ein heiler haben die gegner zwar aber oh fuck oh der scheiß hook alter warte mal ich muss ich muss den new character spielen was soldier ja ok ich hab ich hab ulti ready ich hab ich kann mit kree gar nicht mehr aber wemwann haben wir das spiel haben wir wieder gespielt achso auf v hab ich schlagen bestem ist raus ok wir haben den shield generator aber ich glaub der reicht gar nichts wir müssen jetzt gucken wie man ich weiß nicht wie man die flagge also wie gesagt ich bin einmal durchgelaufen aber nö ach und jetzt bringt jetzt haben die auch einen mccree alter boah ich muss mit meiner mit meinem gamepad dinge spielen die haben die für einen ach fuck man aber was was haben ich glaub ich bin echt der einzige der nach vorne rush kann das sein ich hab's auch grad versucht also zarya war grad zwar da aber sie hat jetzt geschwittert da steht sogar wenn du mit der ulti umgebracht hast die du will die flagge kriegen ich kenne noch nicht also ich weiß nicht wuner ach ja roachok muss ich glaub ich auch sehen damit der äh also richtig ist das balance schon drinnen? ich glaube ich weiß auch nicht Ah, er hat die Ulti gezündet, ja ich hab die Faschen gesehen, egal, egal, ich werd jetzt versuchen Oh, Ulti Hast du? Ja, man, man muss, nein, nein, ey guck mal oben rechts, ja ich weiß, hab ich doch gerade gesagt, die Ulti, ja, mit der Ulti, das ist ja geil, bring ihn um, oh Gott, mein erster Kill wieder, okay, ich weiß noch, wenn du beim Pump bist, musst du drinnen stehen bleiben und warten, bis der Balken voll ist, ja, ich hatte kaum life, ich wollte eigentlich die Seal Pack einsammeln, aber der meinte so, I've got you in my side, und dann war's das auch schon wieder mit mir, oh, ja, Pharah und, äh, Geschütz von, äh, Wenbjörner, hm, nev, we need healing, ich weiß gerade nicht, wen ich zocken soll, Alter, ja, irgendeiner, ne, ich spiel mal ihn, ja, da, jawohl, wir haben den Mund, nice, ihr weißt was, ich chill, jetzt haben sie einfach hinten und Death to Base an, mit Symmetra, Ah, fuck, ey, Narker waren zu viele, egal, wir haben schon mal einen Punkt, äh, das ist echt, echt schwer hier, die Flagge zu kriegen, dafür, dass man so wenig Zeit für so'n Match hat, Alter. Ich hab's nicht gedacht, ach soo, ich kann überhaupt nicht treffen, ey, ist mal, da chillt dahinter, ich würde auf jeden Fall gern einmal die Flagge haben, ich will die gern einmal abgeben, Na ja, Pharah, äh, äh, das war kackt, boah, war das halt nun knapp, Digga, warte mal, ist die Pharah hier, Ok, McCree ist raus, du, wenn das Geschütz steht da, ach, Mann, Alter, es ist doch, hier ist irgendwo noch eine Pharah, Ich glaub, der Zwerg kommt zu mir, ja, die sind hier, hinten, Pharah von hinten, Ich hab's, oh, fuck, da ist ein anderer Genji, Hab ihn, boah, Headshot, Alter, der war richtig geil, nice, Boah, Digga, war das knapp, ey, Oh, warte, die nächste hole ich mir auch noch, Ich hab zwar meine Ulti jetzt nur für den Zwerg ausgegeben, aber das war mir sowas von egal, Oh, aber dass ich dem Genji in dem Moment einen Headshot gegeben hab, war richtig gut, ey, Oh, fuck, Alter, dieser Zwerg, er packt immer sein Geschütz an derselben Stelle hin, Alter, Oh, ich hab schon, oh Gott, Rolltruck, Aua, Ah, mein Fuß hügt, ey, oh Gott, Ah, mein Fuß hügt, davon können wir drei Runden aufnehmen, die gehen nicht lang, So, gewonnen, Yey, neuer Slootbox erhalten, nice, Victory, Victorious, Victory, Victory, Nice, Was, ich war viel besser, Wärts ja nur gar jetzt gesagt, Ja, genau wie letztens, Ja, ich glaub, Letztens auch, da klaut er sich das Highlight, Boah, da klaut er sich die Pils, Alter, Ja, geklaut, Alter, richtig geklaut, ey, Nice, okay, warte mal, Gehen wir mal kurz raus, machen die Lootbox auf und dann, Ach so, ich hab, ich hab zwei Lootbox, mach ich dir denn jetzt her? Hecker, Lootbox Opening, Alter, was hier gibt's, So, bei denen alles, Leider kein Legendary, Für Junkrat, Ey, ich hab das, was du für Junkrat haben willst, Blinkgänger, Ach, Ey, du kannst jetzt auch mehrere Emotes haben, ne, vier Stück, Achso, ja, haben sie auch neu drin, warte mal, Oh, jo, Alter, Ja, hier ein neues Update noch, Aber, wieso, wo steht das hier, Emotes? Oh, geil! Ach da, genau, meditieren! Jo, geil, ey! Nämlich Herausforderung, kann ich da denn noch reinklatschen? Ey, kannst ja alle eigentlich, den kannst du so auswählen! Langsam klatschen, ja, du kannst vier Stück reinmachen! Das ist sehr geil! Das ist echt cool, okay, dann mach ich das mal bei, meinen zwei Charakter nehmen! Oh, ich hab so viele, die ich spiele, da bräuch ich doch jetzt nicht mal! Da mach ich einmal Witzbolt rein! Da mach ich, hm, Da haben wir dieses Hinsetzen! Ja, und! Das! Boah! Ne, mit Revolver spielen, alles klar! Denn ja, das, genau! Hör mal, Herr Wins, nehm ich mir mal genau angucken! So, Leute, knien! Der sieht ja lustig aus, der Winsenskin! Ja, der hab ich schon! Ach ja, den hab ich ja, ne? Den hab ich! So, war mal Junkred Skin! Wo ist er? Aber so schlecht sieht der gar nicht aus, der Winsenskin! Da! Den kann ich mir sogar kaufen, der kostet nur 750! Oder du holst dir den Dingskin für Pinata! Ja, ich will eh alle haben, aber ich spare jetzt erstmal! Nächste Runde! Okay! Ja, start! Wir wollen die nicht so lange... Das ist ja geil, ey! Wir wollen die Leute nicht auf den Haaren spannen! Aaaaah! Schlechte Witze bekommen! Mhh! So ne Scheiße, Alter! So, muss Pepsi da! Pepsi, hier haste Justins Mund, Alter! Wo ist mein Lipton Green Limit Icedies? Keine Product Placement! Product Placement! Wuhuuu! Wuhuuu! Barbara Streusern! Ja, immer werd ich so von Lipton angeschrieben, Alter! Boah, Alter! Ja! Sponsoring! Boah, Sponsoring krieg ich so Geld danach? Ja, Alter! Millionen über Millionen Euro! Boah, Boah! Billionen! Boah! Billionen Euro! Haha! Ich bin rein, Hahn und ich bin jetzt hier im TS! Papa? Boah. Hast du jetzt mal gestartet? Ja, läuft doch! Du brauchst nur so lange, Alter! hat matchbrauch lange was hast du das bei mei schon gesehen mei hat zwei legendary skills ich hab vorher hier gesagt du arschkopf ich merke ich nehm jemanden zum russian alter reaper zum russian brust schnelle klasse ja nehm ich doch hier ich verteidige die base mit die 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 alder in einem tracer und ich habe die körperlich hier und sein heiler torbjörner nice digger der heilt uns mit seinem geschütz ich bin bereit so einen geilen hohen skin haben können die maske dann so einen Huhn-Kopf, Alter? Junge, die hätten, die hätten Torbjörn-Huhn-Kostüm geben können, Alter. Der Netz nicht liegen, Alter. So ein fetter Hahn, Alter. Immer so, Alter. Und das Geschütz, Alter, so ein Stall. Ne, das Geschütz und Huhn, Alter. Oh, aber nein, das wär geil. And this work to be done. So, was ist, wenn ich jetzt auf Emotes gehe? Ach, rechte Maus. Okay, warte mal. Wie, ups. Cool. Wie kann man jetzt Emotes aktivieren? Hä? Wie kann man Emotes machen? Ja, du drückst C auf Emotes, rechtsklick. C ist ducken bei mir, Entschuldigung. Weiß gar nicht, wo Emotes bei mir ist, Alter. Oh, das ist Porden. Ich hab das lange gemerkt. Die starten nur auf diese Seite, ey. Ist so, ey. Die Seite fokuss uns. Oh, ich hab eine falsche Taste gedrückt. Die Seite fokuss uns. Oh, die haben eine Diva. Die gehen alle, die gehen alle links durch. Oh, fuck. Jetzt haben wir die Flagge. Ja, ja. Das ist trotzdem ganz gut. Ich hol jetzt trotzdem... Oh, Diva. Oh, Heilung, 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 Heilung. Nein, die Schlampe. Da müssen wir gleich mal gucken, ob die mal genervt worden ist. Hä, Genji mit seinem Reflekt scheiße, Alter. Noob Charakter. Geil. Ich hab doch die Flagge aufgehoben. Ich hab doch die Flagge aufgehoben. Ach, keine Ahnung, ey. Geil. Geil nach hier und defend die Erachträfte. Ich nehme mal Hansu zum Defenden. Was To world. Was to world. Die sind wieder am Punkt, Alter. Wer ist denn hier? Oh, voll in die Fresse. Danke Torbjörn, Alter. Oh, die war's im Robot. Oh Gott. Ja doch, die hat weniger Rüstung. Die hat weniger Rüstung. Nice. Aber mehr live. Also die haben den Ding schon drin. Wo ist denn? Wie ist denn das? Muss man denn die Rüstung kaputt machen, damit sie aus dem Robot geht? Oder? Man muss den Roboter, glaub ich, kaputt machen. Das würd ich echt gern mal wissen, Alter. Ob das wirklich so ist. Weil wenn ja, dann feier ich das Gaming grad richtig, dann. Na gar nur noch... Such noch... Gibt's ja kein Heilungskit, Alter? Nöööööööööö. Ne, man muss hier den Robot auch kommen. AAH, fuck. Nein, die hat ihre Rüstung. Ich bin immer so ruhig, wenn ich Hanzo spiele, Alter. Voll konzentriertet immer. Oh, schade. Die Gegner haben wieder einen Halt, Alter. Wir haben wieder geil. Sommer ist nicht schlecht, Sommer kann... Ach, wieso? Ach, scheiße, nein! Das ist nicht wahr, oder? Er schießt Hanzo irgendwie schneller? Irgendwie habe ich das Gefühl, der Pfeil fliegt noch schneller als vorher. Dass die so schnell die Flagge geholt haben, what the fuck, Alter. Ja. Das war hart. Ja, ja, interessiert. Hat sie sie dann schon wieder gemacht. Noll. 600 life als sie. Da kam ein Scatter rein, aber... Haben sie so gedacht, nö. Das war ne... Richtig. Scheiße. Aber irgendwie habe ich das ohne Witz. Ich habe das Gefühl, der Pfeil fliegt schneller. Alter, hast du bei jedem... Ich habe auch bei McCree, Alter. Ich glaube, der Rechtskrieg, Alter, der geht noch schneller als vorher. Und die Geblankgranate fliegt 500 Meter, Alter. Wie ist das so in eine Faraday, die in der Luft fliegt, Alter? Das ist geil mit May. Das muss ich mir nochmal angucken. Das ist einmal in... In pink und in rot. In pink und in rot. Oder in blau und in rot. Keine Ahnung. Lila und weiß ist das. Lila, weiß, grün und das andere ist... Golden-rot. Ich weiß gar nicht, welches ich cooler finde. Das rote oder das... Das rote ist besser. Aber ich mag... Das rote sieht aus, ob sie wieder so eine Feuerwehr-Olle ist, Alter. Das sieht scheiße aus. Ich mag das Festtagskostüm. Echt, ich finde das voll hässlich. Also das mag ich... Das ist immer nur Standardding mit einer Mütze drauf, Alter. Ja, aber ihr Arsch sieht man wieder so gar nicht. Ich glaube ich werde mit denen hier irgendwann... Punkte. Junkrat... Wer war noch? Mercy hat noch. Genau, wo ist sie denn da? Auch nur 750. Ja, aber ich finde ihn jetzt nicht so toll. Ja gut, die Hexe ist besser. Einmal nur wegen dem Spruch. Aber trotzdem. Oh, die Junk Tower diesmal. Kommt nicht mehr an, so, Alter. Oh, Instant-Pick, Alter. Oh, Bro, Instant-Pick, what the fuck, Dude? Ist so, Alter, ich soll das Bestchen nehmen, lieber, Alter. Ja, Bestchen und Reiner, pay mercy. Ist so, Alter. Und dann die Fenten, die Flagge, Alter. Keine Punkte, woher. Zeit ablaufen lassen. Ja, wieso? Alle anderen chillen hinten und einer geht durch. Und dann holt er mal die Flagge. Ich wette, wenn man in die Mitte Januka spielt, Oh, das ist kalt! Wir verteidigen, Alter! Bestchen, mercy! Und dann sag ich so, als gleich, ich hole die Flagge mit Hanzo. Ich hole die Flagge mit Hanzo. Ich hole die Flagge mit Hanzo. Mit Hanzo. Mit Tracer, glaube ich. Mit Genji. Und Reaper. Mit Sombra. Ich glaube, das war es eigentlich auch schon. Reaper, Alter. Gibt keine Sten. Nee, Reaper ist zu langsam. Stimmt, McCree, Alter. Einmal rollen, Alter, nie wieder. Ja, wow. Jetzt rollen sie auch nicht gerade weit. Da ist ja hier das Sippen von Genji sogar noch weiter. Wo habe ich denn meine Emotes draufgepackt, Alter? Fuck. Ich benutze sie eigentlich gar nicht mehr. Und alle Leute, die das sehen, ich hasse Diva. Nur mal, damit ihr es wisst. Ich hasse Diva. Und alle Leute, die das sehen, ich auch. Diva ist der letzte Dreckschar. Jetzt kommen sie alle wieder. Aber wieso? Sie ist doch so Kawaii. Sie ist so behind... Sie ist so Arschloch, Alter. Oh, ich... Coach mich, Diva. Ich hasse Diva, wie die Pest, ohne Witz. Also, damit braucht sie mich gar nicht ankommen, Alter. I hear that noise? Okay, die haben Winston. Das ist gar nicht gut. Oh, ne Mercy. Ich wusste ja jetzt die Fer... Oh, warum ist das Licht so hell? Ich bin so schlecht. Ah, die haben Junkrapped. Oh, fuck. Mitten auf der Flagge. Hat der eine Falle hingelegt. Er leckt mich doch am Arsch. Jetzt weiß ich, warum ich eine Loonbox gekriegt habe. Ich habe schon Lamp 50 gebrochen. Fuck, wo ist die Ferre? Oh Gott. Ich sterbe nicht. Ich bin krasser Overpro. Ich schnapp nicht das Helfer Kick. Oh, der enemy has taken the Flag. Oh, krasse Moves. Ja, wins. Fuck. Los, fang den ab, fang den ab, fang den ab, fang den. Nein. Ja gut, Hanzo ist schlecht für diese Guide. What the fuck, dude? Ist so, Alter. Fuck my life, ey. Wenn picke ich denn hier? McCreen. Instant pick McCreen. Die kommen hierher. Wir haben vielleicht ein echt seichtes Problem. Ja, ja. Ich bin schon unterwegs. Oh, wir haben eine Bashing geregelt. Sauber. Ah, ich wusste es aber. Man kann die Raketen starten. Guck mal, dass ich jetzt irgendwie... Oh, 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 oh. Junk Red kriege. Okay, wie war das denn? Wer ist denn der Odenkurmel, oder? Weynutko! Best schön, Reinhard in Mercy! Junge. Okay, Reinhard. Nein! Nein, das wäre so ein schöner 3er-Kill-GW-Schneider, aber die blöde Olle. Alter, hat sie mich noch gekriegt? Gibt's doch nicht, Amanda. Wie soll das? Dieser Junkrat, nimm mit seinen Instant-Boltz, ne, Alter. Oh, warum fängt die über die Schüsse ab, man? Ich hätte die jetzt reflektieren können. Die haben eine Symmetra. Ja, jetzt ist mir schon klar, dass es eine Symmetra hat. Oh, ich verkack gerade hier richtig. Oh Gott. Ich glaube, ich gehe gleich auch mal als ein Junkrat, da komme ich mit meinem Junkie, Alter. Oh Gott, Affe. Affe raste da raus, Alter. Dann race ich die alle in die Ganges. Mit meinen Instant-Boltz. Ich höre doch hier schon wieder irgendwie. Echt, du hast einen Hai Noon für eine verballert? Nein, der hatte da sein Schild aufgestellt und dann ist es gerade weggegangen. Ja, die Deffen nur noch, ne? Eine Flagge und die Deffen nur noch. Achso, die haben einen Punkt und Deffen. Äh, muss ich glaube ich gleich meinen Held wechseln. Ja. Ich glaube ich. Boah. Boah. Ich brauche die Scheiße. Oh, natürlich ist hier keine Health-Pack. Boah, da hat sie mir Poliz... Nein. Äh, ne auf H war das. Ähm. Wo ist er, wo ist er, wo ist er da? Junkrit. Boah. Oder nämlich... Maybe one. Junkrit. Okay, komm ich. Oh, ich nehme... Äh, ich glaube ich nehme Reaper. Für den... Affen. Oder Soldier. Ähm. Wir müssen uns beiden. Wir haben noch 3 Minuten. Ja, keine Ahnung. Oh, fuck. Irgendwas, was... Soldier. Die sind nochmal am Objective, aber nicht. Ich regle jetzt hier mit Junkrit, Alter. Okay, jetzt müssen wir hier ein bisschen rushen. Kill the Mercy! Oh, fuck. Äh. Ich leg mal hier ne Falle hin. Ist das deins? Okay. 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 What if... Komm, sie muss los. I cover the back! I cover it! I cover it! Jawohl. Gut. Oh, ho. Oh, ho. Ich falle da jetzt erstmal in den Gang rein. Ich falle da jetzt erstmal in den Gang rein. Ich falle da jetzt erstmal in den Gang rein. Oh, guck mal! Oh, guck mal! Guck mal oben rechts! Hahaha. Hab ich jetzt... So, Hacker, Alter. Weil... Warum hab ich keinen Soldier süß? Oh, mein Gott. Hast du ein Video gesehen? Von Soldier, Alter? What the fuck, Alter? Warum hab ich keinen Soldier süß? Alter, ich... Ja, natürlich, Alter. Ich weiß jetzt, wie man den spielen, Alter. Ich hab... Oh, das haben wir gewonnen, Alter. General crazy bin ich richtig, Alter. Oh, jetzt spielt er es... Jawoll. Nice. Kill den auf, kill den auf, kill den auf. Ja. Guck mal, Steher. Prötsch, deine... Was? Oh mein Gott. Was ist eine Scheiße. Wie viel hat die denn wiederbelebt, Alter? Ah, ja gut, 5. Ah, okay, 5 war jetzt. Und dann habe ich die aber all umgebracht. Ich glaube, das war... Ja, doch, das war gut. I've got you my side. Kennst du den Film Scarface? Ja. Say hello to my little friend. Oh, geil. Okay. Gut, noch eine, oder? Eine machen wir noch, komm. Das war lecker jetzt. Ja, das spielt nochmal Soldier, Alter. Irgendwie ist der geil, Alter. Gleich kacke ich in der Runde wieder ab, aber spiele ich einen anderen. Ich glaube, ich spiele gleich mal May. Ich glaube, ich habe richtig Bock auf May. Soll ich mir einen anderen Soldier Skin kaufen, oder soll ich den behalten? Soll ich mir den schwarzen kaufen, Nachtwache? Ich bin... Ey, ich weiß nicht. Der Skin hat echt was, Alter. Der von May. Auch der in der Schwarz-Rot. Der sieht doch ganz gut. Ich habe sogar ein Startbild schon gehabt. Und das sieht... Ich weiß nicht. Die sieht vom Gesicht her total anders aus. Ah, geil. Geiles Match, Alter. Was? Ja, guck mal. Enemy hat schon mal das Ding gecaptured, Alter. Boah, was ist das denn für eine Runde, Alter? Sind wir so eine typischen, die so ein Spiel spielen? Hardcore Mode, Alter. Es ist einfach nur so. Es ist gerade so ein lustiges Minigame draußen. Und die Flamen alle rum und gehen trotzdem raus. Weißt du, anstatt es einfach mal zu genießen? Das Minigame. Jungen, wer wirft denn hier? Da oben? Geht's einfach einmal rum? Ja, ich habe die ohne Feuerbeschüsse, Alter. Ja, dass ich Soldier bin, Alter. Ja, Genji. War wohl nix. Tja, Mei. Die kommen ja alle, Alter. Das ist ja elendig, ist das. Ja, schön, dass er seine Ulti, die hat. Das mit mir. Oh, fick dich doch. Ah, sie hat richtig verkackt. Nein, ihr Ulti. Diese... Oh, nein. Sie hat ihren MP-Ring gehauen, Alter. EMP im Penis hat sie reingehauen und dann... Oh, fuck. Ah, die Deffen nun noch. Egal, meine, und die Seele, ich will die. Oh, Gott, ey. Ich muss jetzt versuchen, hinzulaufen, zu überleben, meine Ruhe zu kriegen und die dann hinzuschmeißen. Wenn ich das schaffe, bin ich gut. Das schafft, Alter, der Maze so langsam, Alter. Ja. Oh, nein. 18 Sekunden. 17, 16, ey, schaffe ich, glaube ich, gar nicht mehr, ne. Ah, ich probier's einfach. Ich weiß nicht, ob Time ist, wenn man ne Flagge hat. Keine Ahnung, auf jeden Fall bin ich tot. Der Maze-Tobi ist so geil, wenn du anweibst. Ja, das war auf jeden Fall. Da fliegt die Tracer neben mir. Okay, also... Es ist so gut, auf diesen Modus ein Torbjörn und Symmetra zu haben. Soll schon zu spielen. Die Runde ging mal grad fünf Minuten. Wir haben grad vielleicht mal 15 Minuten drin oder so. Kann auch sein. 15 bis 20, das geht noch eine Runde noch. Ah, wo ist denn die Soldier da? Obwohl der Skin schon geil aussieht. Nachtwache ist ja so schön dunkel, ne? Ist halt so ne Nachtwache. Ja, hier, der Devil. Also, wer wertet mal das in seinen Skin? Zeig mal her jetzt. Mit dem Hahn ist mega gut. Ja gut, das einzige Gute finde ich daran ist der Hahn. Ja, ich weiß. Kann man den Hahn nicht einfach nehmen und auf Grabstein packen? Oder den Hahn nehmen und auf... Aber ich weiß nicht, irgendwie da rein hat er was. Irgendwie ist er hässlich richtig. Ich weiß nicht, irgendwie... Ich find das nicht hart. Komm, ich spiel jetzt glaub ich mal Dev oder ich spiel jetzt mal Symmetra oder Torbjörn. Alle gehen raus hier, Alter. Was ist das? Komm, ich spiel mal Weihnachtstorbjörn. Break, come down. So, wart aufs Spiel lang. Hihi, schon mal rauslaufen. Nee, ich bleib hier drin, ich hab Angst. Wart nur darauf, Alter. Drei Spieler müssen noch kommen. Guck mal hier. Ja, ich weiß. Ich glaub, die Leute mögen den Modus nicht. Ja, das ist einfach nur Schlechtzinn. Die meisten Call of Duty-Kinder mögen, die müssen doch sowas. Ja, die müssen das eigentlich mögen. Ich glaub, das ist schlecht, Digga. Komm her, du! Du hast keine Gesch... Du warst nicht artig? Ohhhh... Das nochmal. Mann, das gibt's doch nicht. Die letzte Runde. Alle unfähig, ja. Das kriegen wir nicht hin. Weil irgendwelche Scheiß-Görn hier mal rauslaufen, Alter. Hört mir genau zu, ihr Scheiß-Görn, Alter. Ja, Alter. Wenn ihr das Video seht, ne? Guckt weg, Alter. Ja, schaut auf meinen... Abonnieren nicht vergessen! Abonnieren... Abonnieren... Ey, das war immer mein Spruch, Digga. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen runter. Wenn's euch nicht gefallen hat, Daumen hoch. Wow, du verdrießt. Oh, das Gegenteil. Der Hahn kräht hat Soldier, Alter. Was? Als Spruch. Ja. Oh, Alter, wir haben was gefunden. Ich geh raus, Alter. Einfach nur so aus Panik. Ja, ich geh immer mal raus. Insta-Pick Torbjörn. Boah, bist du assi, Alter? Ich wollte ihn spielen. Ich bin der Weihnachts-Torbjörn. Du warst nicht artig. Ich bin der Soldier-Soldier. Er spielt Reaper hier, Alter. Der geilste Spruch momentan von Soldier finde ich. Stay frosty. Oh, du musst furzen, Alter. Bin ich so geil. Stay frosty. Jungen, soll ich das Ding alleine holen, Alter? Seht ihr in der Kill-Camp die ganze Zeit nur noch mich, Alter? Irgendwann komm ich als Roboter aus der Base gelaufen, Alter. Keine menschlichen Teile, Alter. Nur noch bionisch. Ich mein, ja, Passion ist ja im Angriff genauso wie Soja, ne? Nice. Oh, Mann, ey. Spiel dann ab. Break, come down. Kann ich eigentlich raus-tapen, während ich... Weiß ich gar nicht. Scheißdreck gerade so. Ja, ist so. Ja, doch, kann ich. Ey, Chrissy. Was denn? Ich bin der neue Soldier. Das ist halt das Geile, stimmt, das war das Geile bei OBS. Du kannst raus-tapen und es nimmt weiter auf. Natürlich. Scheiße, die Flagge steht ja da hinten, Alter. Oh mein Gott, ey. Guys, what the fuck, dudes? Guck, what the fuck, guys. Hey, ist hier keiner? Ich will jetzt gar nicht mal, wo ich mein Geschütz hinste... Oh, oh, die kommen da schon. Ach, evolution, ne? Ich bin... Un-fucking-Ener. Ich bin fast tot, Alter. Wär die auch mal geheilt hier? Jo, die haben drei Heals, Alter. Kann da nicht verkehrt sein. Ey, der macht immer noch sauviel Schaden. Sauber, danke für den Nerf, Alter. Hm. Ich bin's noch da hinten. Wo hat der? Äh, in der Mitte stand da, Alter. Kommt so vor, als ob man jetzt bei Tobin höher zielen muss. Genji und Ruan. Du hängst das, das ist trotzdem noch stark, Alter. Ich weiß, hab ich doch gar gesagt. Abfall von ihm. Ich hatte 200 Lifesomen, ungefähr. Ah, Mercy abgewallert. Die hat mir über 100 abgezogen. Was soll daran denn, bitteschön Nerf sein, Alter. Ah, Leute, wollt ihr keine Armor haben? Ha, ha, ha. Ah, da hat er mir der Uldi weggebummst, hat er eh, na, na. Da hab ich auch die Ender weggebummst, Alter. Da hab ich auch die Ender weggebummt, Alter. Wir sind instabilisiert. Nice. Ah, ich hab noch einen gekewt, Alter. Nein! Bäh! Nein, ich hab ne Idee. Wenn das jetzt funktioniert, ne? Sind wir tot. Oh mein Gott, das funktioniert. Ich muss aber gleich mal gucken, wo mein Geschütz steht, Alter, wenn du hierherkommst. Ja, wenn ich wieder lebe. Ich pack mal noch ein bisschen Ammo hin. Ey, das Geschütz steht so assi, Alter. Wo bist'n du? LOL, hier ist Wall-E, oder was ist das? Doch, sieht aus wie Wall-E. Haben die was in der... Was ist das denn? Oh mein Gott. Das kann ich einfach durchschießen, durch die kleinen Spalte. Hänner von hinten. Wird einer die Flagge klauen, oder? Ja, der Affe, oder? Ja, der Affe, der Affe. Kann mich mal. Hier drin liegt auch... Liegt auch überall Armut. Ich hab grad an der Armour vorbeigelaufen. Armour. Armour. Spinball. Armour. Armour. Nein, er... So, gucken, ob ich jetzt richtig schieße. Denk mal. Oh, shit. Oh, shit. Oh, es kommt... Ey, ah, die blöden Gegner, Alter. Ich zünd extra meinen Dings. Es kommt hier hin. Geht ihn ab. Ey, es kommt hier hin. Rechts sich gedrückt hat und hat uns gemauert. Der Wichser... Oh, der macht seine Ulti, Alter. nein 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 sauber der schütze steht wieder ich habe volle Warte, ich pack euch da vorne alles hin. Brenn! Das ist das geile an Soldier. Du kannst durchlaufen, mein Geschütz deckt hier die... Blank, Alter. Alles klar, sauber. Dafür ist Soldier halt richtig gut auch, ne? Und der ist so stark. Wenn Torbjörn halt in diesem Modus mega assi ein, weil er einfach mal richtig geil dessen kann. Weg, weg, weg! Hey, Guys! Okay, wir haben... ah, ne, wir haben noch nicht gewonnen. Hinten! Nein, mein Geschütz! Ich kann ja mein Turrets einfach mal hier anpacken. Ich bin ein Torbjörn. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Aha! 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 Oh, das ist der andere. Sauber! Radiative! 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 Meine MAH! Haben ne Diva, haben ne Diva! Haben die ne Diva, really? Bringt denen eh nix, Alter. Ich baller die zu krass runter, Alter. Das ist immer so lustig. Wenn die Leute dann verlieren sind oder keine Ahnung haben, was sie machen sollen... Diva! Diva! So lustig. Das ist richtig lustig. Voll die No-Skill-Boys, Alter. Da, da, ungeschützt! Nerven, drei, 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 drei. Hau Unbelievable, Marco. Mofel Koaaa-Mofel Koge'more! Ehe öhe builder mycket weg! Jaaaah! Missumuiui undically! Mei jaaaah! Jaja! Ich hab sogar'n Erfolg. Sag ich auch. Was ist es? Flaggenträger. Flaggenträger, Au. Nice! Krieg' ich noch einen, weil ich hab drei... Oh, ich hab alle drei Flangen geholt. Ich krieg' keinen nochen Erfolg, Alter. Alter, ich hol drei Flaggen an. Das ist bitter. Ja, voll dumm. Aber wie ich einfach in der Ulti von Zenyatta nichts gesehen habe, ich brenne immer links-rechts und drück dem Genji in den Headshot. Ja, eindeutig. Guck mal, längste Killstreak, bin ja immer gestorben. Flaggeneroberalala, drei Stücke. Ja, hier, Torbjörn. Bist du, Alter, nice. Okay, ich würd mal sagen, das war's mit dem Video. Warte, ich lass mal eine Lookbox aufmachen. Oh Gott. Spannung pur. Ach stimmt. Hä, hab ich da auch eine Lookbox? Oh, ich hab auch eine Lookbox. War noch nicht mit dem Video, Moment. Und wieder kein Legendary, das war's. Ja! Zwei blaue. Oh, mega geile Siegerpose wird Junkrat einkassiert. So. Nice. Okay, Leute. Ja. Das war's mit dem Video. Und das war ein kleiner Einblick in das neue Update von Overwatch. In das neue Event. Und ihr werdet uns nie wiedersehen und wir werden alle Videos wieder erwischen. In Conan Exiles. Direktes Spiel würd ich nie kaufen. Doch. Catch von Argon in Skyrim. Nein. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Nein. Doch. Also bei mir, er will keinen Daumen nach oben, er will einen Daumen nach unten. Genau, ich will nur einen Daumen nach unten. Wenn ich irgendwo einen Daumen seh, der nach oben zeigt, alter, der drehe ich durch, alter. Kriegt er von mir. Ja, hoffentlich. Wir wenn nicht, alter. Okay, bis zum nächsten Mal bei Overwatch. Wir sind raus. Ciao. Wir sind raus. Tschüss.